Koran 2, Vers 106 Was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen Bessere oder Gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Also es kann später ein neuer, besserer Vers kommen, der den vorherigen aufhebt. Warum ist das wichtig? Im Koran findet man nämlich verschiedene Befehle. Suche 2, Vers 256 Es gibt keinen Zwang im Glauben. Das ist sehr nett, sehr freundlich. Man kann niemanden zu einer Religion zwingen. Aber der Koran sagt auch, kämpft gegen die, die nicht an Allah glauben, in Suche 9, Vers 29. Was soll man jetzt also machen? Ein Moslem in Deutschland könnte den Vers auswählen, den er lieber mag, also keinen Zwang im Glauben, und den anderen Vers, in dem er aufgefordert wird, gegen die Ungläubigen zu kämpfen, so interpretieren, dass es für eine bestimmte Gruppe galt, die die Muslime angriffen. Aber laut den klassischen Kommentatoren, laut Mohammed, laut den rechtgeleiteten Kalifen, also jenen, die nach Mohammed kamen, und laut dem größten muslimischen Gelehrten, bestimmt die Abrogation, welcher Vers noch gültig ist. Also der Vers, der als letztes kam, ist gültig. Und jetzt kommen wir zu den drei Stufen des Chihads im Islam. Und das ist so laut dem Leben von Mohammed, jedem klassischen Gelehrten des Islams und der islamischen Doktrine. Stufe 1 Wenn Muslime sich in der Unterzahl befinden, dann sollen sie eine Botschaft des Friedens predigen. Suru 109 Da hatte Mohammed nur ein paar hundert Anhänger und befand sich völlig in der Unterzahl. Laut dem Koran darf man so tun, als ob man freundlich wäre und Takiyah betreiben. Suru 3 Vers 28 Die Gläubigen sollen sich nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Freunden nehmen. Wer das tut, hat keine Gemeinschaft mehr mit Allah. Anders ist es, wenn ihr euch vor ihnen wirklich fürchtet. In diesem Fall seid ihr entschuldigt. Also wenn Muslime in der Unterzahl sind und sich um ihre Sicherheit fürchten, dann können sie so tun, als ob sie freundlich wären. Ibn Kafir, der größte Korankommentator, sagt in seinem Tafsir über die Suru 3 Vers 28 Außer wenn ihr euch vor ihnen wirklich fürchtet. Das heißt außer denjenigen Gläubigen, die an manchen Orten und Zeiten sich um ihre Sicherheit vor den Ungläubigen sorgen. In einem solchen Fall dürfen Gläubige äußerlich, aber niemals innerlich Freundschaft zeigen. Al-Bukhari, der größte Sammler von Hadithen, hat zum Beispiel aufgezeichnet, dass Abu Darda, ein Gefährte Mohammed, sagte, Wir lächeln in das Gesicht mancher Leute, obwohl unsere Herzen ihnen fluchen. Al-Bukhari sagte, dass Al-Hassan, also ein Gefährte von Mohammed, sagte, Takiyah ist bis zum Auferstehungstag erlaubt. Also Muslime dürfen so tun, als ob sie freundlich wären, wenn sie sich in der Unterzahl befinden. Aber das soll nicht heißen, dass jeder Muslim Takiyah betreibt. Später hatte Mohammed viel mehr Anhänger und hatte sogar Bindnisse mit den Stämmen von Arabien gemacht. Dann änderte sich seine Botschaft. Stufe 2 Wenn Muslime mehr werden, dann dürfen sie defensiven Dschihad betreiben. So wird 22, Verse 39 bis 40 Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefickt wurde. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Und ihnen, die zu Unrecht aus ihren Wohnsteppen vertrieben wurden, nur weil sie sagen, unser Herr ist Allah. Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen abgewehrt hätte, so wären fürbar Mönchsklausen, Kirchen, Bethäuser und Gebetsstätten zerstört worden, in denen Allahs Name häufig genannt wird. Wenn also jemand gegen die Muslime kämpft, sie vertreiben wollen, dann dürfen sich die Muslime verteidigen. Davor durften sie nicht kämpfen. Wenn Muslime sagen, dass dieser Vers zeigt, dass Muslime nur zur Selbstverteidigung kämpfen dürfen, dann liege sie falsch. Denn das ist nicht die letzte Offenbarung. Als Mohammed nämlich Mekka eroberte, änderte sich die Offenbarung wieder. Suche 9 ist einer der letzten Kapiteln des Korans, die offenbart wurden. Und dort findet man den Befehl, gegen die Ungläubigen zu kämpfen, einfach weil sie einen anderen Glauben haben. Stufe 3 Wenn Muslime in der Mehrheit sind, sollen sie offensiven Dschihad betreiben. Suche 9, Vers 29 Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Also eben die, die den Islam ablehnen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Beachtet, dass es hier um den Glauben geht, wegen dem man bekämpft werden soll. Hier steht nicht, dass man gegen die kämpfen soll, die einen angreifen. Es geht um den Glauben. Kämpft gegen die, die nicht an Allah glauben. Hier sehen wir auch, dass die Heiden nicht viele Optionen hatten. Für sie gilt Suche 9, Vers 5 Tötet sie, wo auch immer ihr sie findet. Aber die Christen und Juden hatten auch eine weitere Option. Die Jizia, die spezielle Steuerzahlen. Sie bezahlen dafür, nicht getötet zu werden. Das ist also die Suche 9, die gewalttätigste Suche des Korans und das sind die letzten Marschbefehler. Sie approbiert die früheren friedlichen Verse, wie Es gibt keinen Zwang im Glauben. Man kann zu muslimischen Kommentatoren gehen, sie sagen, dieser wurde approbiert. Gelehrte im Nahen Osten interpretieren das so auf klassische Weise, aber im Westen meinen es die Leute besser zu wissen und zeigen auf die friedlichen Stehen. Mohammed sagte auch im Hadith Sahih Bukhadi 6 9 2 4 Mir wurde befol, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Und wer auch immer la ilaha illallah sagt, dessen Besitz und Leben wird Allah von mir schützen. Sahih Muslim 4 3 6 6 Ich werde die Juden und Christen von der arabischen Hallinsel vertreiben und nur Muslime übrig lassen. Es ist jedoch so, dass die meisten Muslime im Westen keinen Jihad betreiben wollen. Sie glauben wohl das, was sie sagen, dass der Islam friedlich ist. Man sollte sich aber über eine Religion Sorgen machen, die zur gewaltsamen Unterwerfung von Ungläubigen aufruft. Ich werde das, was sie sagen, dass der Islam ist. Untertitelung des ZDF, 2020